So Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter mit der Herzteilsuche. Und, ja, ich hab schon das Schlummerlied gespielt, damit er dann auch runterfällt, damit ihr euch das nicht reinziehen müsst, weil ihr das ja schon mal gesehen habt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, nochmal diesen Boss zu plätten. Ja, ich weiß. Ich hab da auch keine Lust drauf, Wolf. Aber es muss sein. Aber wir kommen sowieso schnell zum Boss, da wir den Teleporter nutzen können. Also von daher ist das nicht weiter schlimm. Ja, schön. Stimmt, ich sollte vielleicht das eine Lied spielen, damit wir mehr Zeit haben. Hä? Komisch. Hä? Warum? Muss ich das schneller machen, oder was? Irgendwie klappt das nicht. Aber warum? Aha. Komisch. Genau wie eben, wo ich versucht habe, das Lied zu spielen, äh, womit wir fliegen, hat das auch nicht ganz funktioniert. Scheinbar spinnt. Scheinbar spinnt das gerade ein bisschen. Vielleicht liegt das wirklich am Computer. Dass er dann so lange an ist. Vielleicht sollte das auch der letzte Part für heute erstmal sein, den ich drehe. Wer weiß das schon. Gut. Ich weiß nicht. Wollt ihr den Kampf nochmal sehen gegen den Endgegner? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub, damit das, äh, schneller geht, werde ich das Ganze skippen. Dann müsst ihr euch das nämlich nicht geben. Und ich muss nicht so auf die Zeit achten. So, dann würde ich sagen, bis gleich. Da sind wir wieder. Ich hab ihn geplättet. Wir können uns jetzt ein Herzteil holen. Aber das mit den Fröschen, das müssen wir leider auf ein andermal verschieben. Mir ist eingefallen. Wir haben ja den letzten Tempel noch nicht geschafft. Und da gibt es auch einen Frosch. Und das heißt, ich müsste nämlich jetzt nochmal, äh, quasi in jeden Tempel. Und das würden wir jetzt nicht schaffen. Weil wir auch keine Abkürzungen oder so benutzen können. Naja. Gut, dann gehen wir wenigstens, äh, zu der einen Stelle, wo wir uns das Herzteil holen. Ich würd sagen, vielleicht holen wir uns dann noch, noch ein Herzteil irgendwo. Und im nächsten Part werde ich dann, wahrscheinlich dann auch noch wieder neue Masken holen. Oder ich werd vielleicht sogar mit der Story weitermachen. Weil die Story hab ich ja sehr, sehr lange Zeit vernachlässigt. Und dann haben wir nämlich das auch schon mal hinter uns. Und dann steht uns eigentlich nichts mehr entgegen für das Finale. So, soweit ich weiß, war hier... Ja, genau, da ist die Truhe. Da können wir jetzt dran. Und da ist ein Herzteil drin. Normalerweise ist der See ja eingefroren. Oder was das hier darstellen soll. So, jetzt haben wir sogar einen Herzcontainer. Ah, wer weiß. Ich glaub, vielleicht machen wir jetzt das, was ich mir so dabei gedacht habe, was man machen kann. Oder könnte. Dann holen wir uns nämlich auch die größere Bombentasche, wenn wir einmal dabei sind. Aber dann muss ich erst mal gucken. Ah, hier ist nicht wirklich was an Rubinen, hat man gerade gemerkt. Hä, warum? Nee, nee, nee. Ich hab die ganze Zeit die Knöpfe gedrückt. Verstehe ich nicht. Liegt vielleicht wirklich an der Verbindung. Ähm, ja. Wir müssen uns erstmal Rubine. Am besten holen. Ich glaub, ein Hunderter müsste reichen eigentlich. Wenn das nicht teurer war. Aber ich glaub nicht. Dann holen wir uns nämlich die größere Bombentasche. Und holen uns noch ein paar Herzteile. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Ähm. Ja, am besten ist mit Corona, damit wir ein bisschen schneller sind. Ich hebe jetzt einfach von der Bank ab. Ich hab jetzt keinen Bock, die 100 Rubine da nochmal holen zu müssen. Nein, nicht einzahlen. Nein. Sechs Rubine. Wie lapprig. Nein. Will ich nicht. Verstehst du das denn nicht? Komm, Huni und dann hat sich das. Nein, nicht 200. Ey. 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 Ja, das ist wegen der Verbindung und wenn ich dann zu leicht drücke, dann ist es irgendwie ein bisschen zu stark und so weiter. Habt ihr nicht gesehen? Nein, ich will nichts über euch Bomber erfahren. Ich weiß alles über euch. Apropos Bomber. Wir müssen wieder in dieses Versteck, damit wir die Urkunde von dem einen da bekommen. So viele Wege müssen wir jetzt gehen, alles. Ja, zum Bomber geht es da lang. Jetzt muss ich nochmal das Code-Wort nachgucken. Ne, heute kann ich mich auch nicht richtig konzentrieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. 2, 4, 1, 3, 5. Nein. 2, 4, ah. Nein. Nein. 2, 4, 1, 3, 5. Man hat gemerkt, das liegt am Controller. Ich drücke nur ganz leicht und zack, rastet der total aus. Dabei will ich das gar nicht. Ich glaub, der Goron konnte auch da drin stehen, oder? Ja. Oh, hier hätten wir auch Fische bekommen. Wie im letzten Part, wo ich welche gesucht hab. Aber hier sind, glaub ich, nur 3 Stück oder 4. Dann war das, glaub ich, an der einen Stelle schon besser. Einfach drauf geschissen. Einfach mit einem Feuerfall. Oh, jetzt müssen wir Horror-Kit wieder angucken und so, ne? Oh, ich hasse das ja. Wisst ihr was? Das werde ich auch skippen. Ja, der alte Sack, der steht da auch. Bis gleich. So, die Mondträne ist jetzt auch wieder in unserem Besitz. Am besten ist, ich mach einfach das Lied. Jetzt hat's wieder funktioniert direkt. Komisch. Oh, Mann. Ja, dann wollen wir den das mal kurz andrehen. Ja, wir müssen aber Deko sein dafür. Boah, wie verpackt das gerade aussah. So. Das werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Das hab ich schon tausendmal vorgelesen. So. Jetzt zeigen wir dir das. Hä? Ich wollte schon sagen. Jetzt fliegt der weg. Ja, wir wissen's. Bye, bye. Gut. Jetzt. Ne, nicht so. Auf geht's. Legen wir los. Ähm. Stimmt, in den Sümpfen des Vergessens war das. Da war auch noch so eine Urkunde. Und da oben ist dann auch noch ein Herzteil. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon geholt hatten. Ich glaub schon. Kann aber auch sein, dass wir das noch nicht gemacht haben. Nee, haben wir noch nicht. Hä? Danke, dass du vorbeischaust. Ich tätige eigentlich nur mit Deko-Geschäfte. Eigentlich möchte ich ja nicht... Möchte ich ja direkt vor dem Palasthandel treiben. Aber da ist dieser große Oktopus und... Man kann gar nichts dagegen tun. Also habe ich hier meine Zelte aufgeschlagen. Weißt du, was Wundererbsen sind? Ich verkaufe dir eine für 10 Rubine. Willst du Rubine gut anlegen? Das ist schade. Aber wenn du deine Meinung änderst, komm ruhig wieder. Wieder zeigt dir keine Wirkung. Jetzt sagt nicht, wir müssen es erst woanders abgeben. Moment. Da muss ich kurz was nachgucken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Als Link müssen wir das wahrscheinlich machen. Ich frag ihn mal. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekos. Aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem anderen, belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft zu eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine. Aha, geht doch. Ich dachte schon, warum geht das mit Deko nicht? Oh, das ist eine Landkarte. Ich wünsche, du würdest sie mir geben. Im Austausch dafür gebe ich dir dieses Land. Abgemacht? Du hast die Landurkunde gegen die Sumpfurkunde eingetauscht. Ich gehe jetzt in die Stadt. Den Rest überlasse ich dir. Und ich hab schon gedacht, warum funktioniert das nicht? Dass man das als Link machen muss und als Deko nicht, damit er dann anders mit einem redet, ist schon... Ja, okay, man kann da schon drauf kommen, wenn man will, aber... Ja, ich weiß nicht. Gut, dann fliegen wir mal hoch. Aha, ich wollte schon sagen, geht das jetzt nicht? So, dann geht es direkt zur nächsten Stelle. Die nächste Stelle war... Ähm, da wo die Goronen wohnen, glaube ich. Da konnte man das nächste eintauschen. Kann aber auch sein, dass es das letzte war. Ja, die Bergsiedlung. Wir haben ja eh alles hier gerettet, also... Der Schnee ist weg. Ich denke mir mal, dann wird das auch klappen. Ich glaube, das war der richtige Weg. Oder ging es hier nach, ähm... Achso, nee, das ist der falsche Weg. Wir müssen hier entlang. Naja, immerhin kann ich euch wenigstens noch ein paar Herzteile zeigen. Ich hatte gedacht, ich hätte jetzt wieder einen Fehler gemacht und ich könnte nicht wieder... ...gewisse Sachen zeigen. Naja, immerhin. Dann kriegen wir ja doch einiges noch gepackt in diesem Part. Oh, Mann. Bloß auffall... Ach. Aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Heute habe ich so Sprachfehler, das ist echt nicht mehr schön. Da unten, genau. Ich glaube, als Deko müssen wir den anquatschen, damit wir die Bombentasche bekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Danke, dass du vorbeischaust. Wer hätte gedacht, dass ich hier einen Deko treffen würde. Ich verkaufe Bombentaschen, aber zu meinen Kunden zählen ausschließlich Goronen. Viel lieber würde ich wieder nach Hause gehen, wo ich ständig von Bäumen und Gräsern umgeben bin. Aber ich kann zu Hause kein Geschäft eröffnen, ohne den üblichen Weg zu gehen. Du verstehst, was ich meine. Achso, das heißt, wir müssen als Goronen... Als Goronen müssen wir dann mit dem quatschen, damit er uns... Okay. Das heißt, da müssen wir mit Goronen, da müssen wir dann als Zora... Okay. Danke, dass du vorbeischaust. Zu meinen Kunden zählen schließlich Goronen. Das macht dich zu einem potenziellen Kunden. Ich habe derzeit speziell für dich ein besonderes Handelnsangebot. Meine allergrößte Bombentasche kostet regulär 1000 Rubine. Gib mir deine große Bombentasche und 200 Rubine und sie ist dein. Alter, 200? Dein Ernst? Leute, bis gleich. So, da bin ich wieder. Mir ist aufgefallen, auf dem Weg hierhin... ...dass hier unten ein Weg frei ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Herzteil war oder nicht. Darum habe ich mir die Freizeit genommen oder die Freiheiten, einfach mal vorbeizuschauen. Aber ich glaube, eher weniger. Vielleicht sind da auch noch Rubine, 100 Stück oder so. Boah, 20 Rubine, dafür habe ich... Für 20 Rubine habe ich das jetzt gerade getan. Boah. Wieso kommt der da nicht hoch? Da muss ich das halt von der Seite aus machen. Ach ja. Aber schon dreist, ne? Hätten wir jetzt nicht die größere Bombentasche, dann hätten wir nicht den reduzierten Preis von 200 Rubinen gehabt, sondern 1000. Aber, ähm, wir können nicht mal 1000 mitnehmen. Also, da merkt man schon, man brauchte diese Bombentasche vorher. Also hatte ich damit ja eigentlich recht. Wir hätten uns eigentlich schon viel früher diese Bombentasche holen können. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir das mit den Herzteilen schon machen, dann können wir alles auf einmal machen. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Du hast eine Riesenbombentasche erhalten. Nun kannst du bis zu 40 Bomben mit dir führen. Herzlichen Dank. So, jetzt verticke ich dir hier mal schön das Land. Lol. Ich muss... Ach, okay. Jetzt muss ich wieder als Deko oder was? Oh, Mann. Geht das jetzt? Nö, ich muss ihn wieder anlabern. Oder willst du das nicht? Ah! Das ist eine Sumpfurkunde! Ich wünschte, du würdest sie mir geben! Ich gebe dir dieses Land dafür! Ja, die Bergurkunde. Ich gehe zurück in die Süpfe! Nee, nee, nee. Ach ja. Ich wollte schon sagen, wie lange wollen die zeigen, wie der wegfliegt? Wir wissen auch Bescheid, dass er abhauen wollte. Ah, hier ist auch noch ein Herzteil. Stimmt! Herzteil, Herzteil. Überall sind Herzteile. Okay. Dann würde ich sagen, dann geht es jetzt auf in das Reich der Zoras. Da müsste nämlich dann das dritte sein und dann gibt es noch eine vierte Stelle und dann haben wir den Part, glaube ich, auch schon quasi hinter uns. Ähm. Kapzora, genau. Oder Kapzora! Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir wieder als Deko uns verkleiden. Aber mich interessiert aber auch trotzdem, was wir bekommen würden als Zora. Also, es ist irgendwo ein bisschen interessant. Ich werde jetzt mal gucken. Hier müssen wir auch noch ein Liedchen trellern und so weiter. Ja, der Spanner oder die Spannerin ist wieder vor der Tür. So, genau. Na, was willst du uns denn geben, wenn wir als Zora hier auftauchen? Danke, dass du vorbeischaust. Da ich nur mit Zoras verhandle, bist du als Kunde herzlich willkommen. Ist das dein Zimmer? Diese Seeluft tut mir nicht gut. Deshalb würde ich gern dein Zimmer mieten. Ist dir ein Wirbelsturm durchgezogen? Dafür kann ich nun wirklich nichts. Ich verkaufe dir ein grünes Elixier für 40 Rubine. Nein. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder als Deko, äh... Kann aber auch sein, dass wir als Goron ihn anquatschen müssen. Danke, dass du vorbeischaust. Meine Kunden zählen nur Zoras. Nein, du aber kein Zora bist, darf ich dir nichts verkaufen. Das ist eine Vorschrift des Deko-Handels... Ach, der Deko-Handelskammer. Da kann ich nichts tun. Tatsache, wir müssen als Goron ihn jetzt anquatschen. Was heißt denn, bei dem anderen müssen wir als Zora? Ah, okay, ich verstehe. Das werde ich jetzt nicht nochmal irgendwie vorlesen. Boah, der Blick von dem, ne? So gierig. Oh, das ist eine Berge-Urkunde. Ich danke dir. Ich gebe dir dieses Land dafür. Meeres-Urkunde. Yippie. Und schon bin ich weg. Die Berge rufen mich. Mach's gut. Mach's gut. Und das nächste Herzteil. So. Was? Wir können... Ich wollte schon sagen, könnten wir da nicht drin stehen. Ey, warum spinnt das jetzt wieder so? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Aha. Entweder habe ich zu schnell für das Spiel gedrückt, oder ich weiß auch nicht. Ähm. Stimmt, hierhin. Ikana Canyon. Ja, von der Zeit her reicht das. Dann haben wir, glaube ich, fünf Herzteile geholt. Ja, ich glaube schon. Fünf Stück. So. Da der Deko jetzt aber nicht überleben würde, würde ich vorschlagen, ich nehme jetzt erstmal den Zora. Nein, da will ich nicht hinschwimmen. Ich will hierhin. Oh. Kommt schon. Oh, hier ist auch noch eine scheiß Strömung. Kannst du nicht hochklettern? Willst du mich jetzt verarschen? Ey, ohne Scheiß, der kann ja nicht hochklettern. Ja, den Typen kennt ihr noch, das ist der Dieb. Wenn ihr wollt. Ja, nee. Muss ich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Werde ich ein andermal machen. Genau, hier müssen wir nämlich hin. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist doch vom Meer, oder? Ich verkaufe blaue Elixiere. Eigentlich möchte ich lieber ein Geschäft am Meer betreiben, wo ich dem sanften Rauschen der Wellen lauschen kann. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine. So, dann machen wir das jetzt kurz. Und dann haben wir es hinter uns. Oh, das ist doch eine Meeresurkunde. Lass sie mich haben. Oh, bitte. Mein Traum könnte in Erfüllung gehen. Ich will sie nicht umsonst. Ich gebe dir dies. Krass. Goldene Rubin. 200 Rubine. Oh, yeah. Sonnengebräuntes Schönheiten erwartet mich. Oh, die Rubine müssen wir auf jeden Fall auf der Bank anlegen. Das heißt, wir haben ja eigentlich die Bombentasche umsonst bekommen. Ähm, ja. Als Deko. Und auf geht's. Das letzte Herzteil erstmal. Für diesen Part. Ja, hier kann man auch diese Dinge anquatschen. Dafür ist halt das Auge der Wahrheit. Ach, nicht Auge der Wahrheit. Ähm, die Maske der Wahrheit. Aber naja, müssen wir nicht unbedingt. Ja, und wir haben einen Herzcontainer. Und das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass die letzten Parts ein bisschen daneben gelaufen sind. Und der ist einigermaßen noch gelaufen. Also dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer MrAuraJumper. Und der ist einigermaßen, einigermaßen. Ich hab's. Vielen Dank.